Setz dahin und sei ruhig! Hey, Perranbaute! Benutz mich und Peep, Hackboy! Präsentiert euch die Spielok... Du hörst zu Quatschen mach an, ihr und siebst ne Schelle... So, klickst Daumen nach oben und kickst bis zum Ende seid ihr, sonst klatscht es! So, du ... Haudi! Haudiii! Haudiii! Dann sind wir wieder zurück hier mit 200% von allem! 200 Prozent mehr Aggressionen vor allen Dingen. Ja, auf jeden Fall. Ich bin so... Also bin ich ein Huger. Oh, Gottes Willen. Gott. Die nehmen auch A gerade wieder weg. Weg. Kommen gleich von A bestimmt noch ein paar. Aude. Ich liebe das einfach. Aude. Und B nehmen sie auch gerade ein. Die Gasgranate findet hier auch überhaupt nicht statt. Angst hier. Scheiße, ihr seid alle bei Berta hier. Die kacken hier alle ab. Alter, eh der... Also eh der da verreckt, der Hurensack. Naja, die Haftmine hat natürlich niemanden getroffen. Hm, naja. Ich töte hier irgendwie auch keinen. Immer nur ein Hitmarker, Hitmarker. Der Feind kontrolliert alle Einzigerziele. Mö. Mö, schau. Hier wird man jetzt selbe Spielchen hier. Ja, nimm da mal eine Granate auf hier. Schau, Junge, sag mal. Na, endlich habe ich mal ihn. Meine Güte. Das hat aber auch lange genug gedauert. Junge, Junge, Junge. Wo bist du denn? Tot. Wo wärst du denn? B. Bei B. Bei B. Hab ich den? Ja, du hast meinen Killer erwischt. Sehr gut gemacht. Wir kommen jetzt zu dir hier. Warte mal. Oh, du hast da gerade Schaden genommen hier übelst. Wer war denn das? Sehr gut. Ach du, Nick, jetzt hier keine Miene hin, Alter. Sonst reißen wir uns hier selbst in die Luft. Ja, ja. Wenn die das hier rinne vom... Ach du Scheiße. Wo ist er denn? Durchs Fenster da geklettert. Aha. Okay. Oh. Genau. War, hä? Ich wusste nicht, ich hab's in der Killcamp. Warte, ich dachte, keine Schrotflinten. Ach so, hier sind die noch erlaubt bei dem Ding da, ja. Hier sind die offensichtlich erlaubt, ja. Ach so, schade. Krass, kurz um die Ecke guckt, direkt. Ah, sprich hinter alle ein. Teambeschuss ist aus. Standardgewehre sind... Ach du Scheiße, weg hier, Mann! So, bei dir Spavnings. Ja, aber sei vorsichtig hier. Nimmst du einen Sunny oder was nimmst du? Bist du auch ein Versorger? Oh, die springen hier, die hat die Tür auf. Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Bist Null überhaupt. Tot. Mal wieder. Sehr gut. Sehr gut. Vielleicht werde ich nur wiederbelebt. Zehn Meter nur noch. Bäh. Glaub ich gar wohl eher nicht. Oho. Also diese Schrotflintenkinder hier, ey. Unglaublich. Farbenriss-Wiederbelebung. Danke. Ich bin Sanni, ja. Wenn irgendwas ist doch Bescheid. Äh, ja. Ne, noch gehts. Sehr geil. Sehr gut. Mit ihm hier. Ja, aha. Den habe ich dann doch noch getötet. Ja, Munition für dich. Sehr gut. Geh mal runter. Ja, der mit der Schrotflinte. Schon wieder. Oh, hier sind 1000 Leute. Weg mal nicht mit runter. Geil. Ja, der Sanni braucht da ja nicht erst zum Kommen. Er ist unter Beschiss hier schon wieder. Spawn ich jetzt hier. Ich bin mal bei C. Na gut. Ich geh entlang. Wir verlieren Einsatzziel Cäsar. Geh weg. Oh, Zon. Oh mein Gott. Boah, ich hab schon 8 Kills von Haik, denn das gemacht. Ich hab auch schon 9, ne. Bisschen und ich. Ich trinke noch gerade. Ich war ja jetzt. Och, die mit ihr RSC Werk. 19, 17 Visier. Bist du mit einem Schuss tot? Weißt du was? Die nehme ich jetzt mal hin. Mach das mal. Ich weiß ja nicht, ob ich die frei habe. Dann probier ich das mal aus. Ich sag. Bei dir. Garantiert läuft das nichts. Ich brauch 3 Schuss. Ich brauch 3 Schuss. Sag ich dir. Ja. Das glaub ich dir. Das ist ja wie mit der Margini Henry. Ah. Jetzt sind die über B schon wieder alle. Ach so. Man kann so zumindest schießen. Das muss ja nicht geschissen. Können wir hier alle heilen. Ist hier irgendwie jemand? Nee, ich glaube nicht. Oh, da oben. Ja, den habe ich angeblich wieder überhaupt gar nicht getroffen, also komm, ey. Na, endlich, also, meine Fresse, ey. Was? Ja, er ist hier wieder weggeschossen. Ist klar, obwohl da hinter dem Geschütz stand, aber gut, das macht ein Stück weit mit der Rechnung, dass wir gleich drauf hier. Ne, ich habe wirklich damit geregnet. Ja, okay. Ja, eh ein Schuss, Robert, kann ich dir nur empfehlen. Auch bei dir, ja? Hat zwar nur ein 6er Magazin, aber eh ein Schuss. Auch bei mir, ja. Auch bei dir, okay. Die haben dich überlebt jetzt eigentlich gar nicht. Nein, die kommen nicht wieder bewegen. Die kommen nicht wieder bewegen. Die kommen nicht wieder bewegen. Ah, doch, die kommen nicht wieder bewegen. Ja, doch. So, wie hoch die Punkte haben. Hätte ich die Punkte nicht haben wollen, hätte ich ihn dann nicht wieder bewegen. Also, ich würde die Einoberung hier. Keine Ahnung. Einen Schuss, ja. Tatsächlich, geil. Du bist so noch versorgen, war? Bin noch versorgen, ja. Versorgens. Guck mal, ich bin jetzt schon hier unten lang gelaufen. Hast du ja, komm mal auf die Zwierseite. Ja, natürlich. Er hat aber auch ein Glück, dass er hinter dieser Tonne da kriecht, ey. Bastard, ey. Ich spawne einfach bei dir jetzt. Wo bist du denn? Bist du hin? Mann. Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. Oh, dauert ewig, ey. Ich muss jetzt bei dem hier spawnen. Dauert nicht zu lange. Na, das Spawn, wie der das anzeigt mal bei dir, das Ding mal bei dir spawnen kann, ey. Na, ich bin ja jetzt tot, also das ist... Achso, dann hätte ich ja, das warten eh nicht mehr lohnt, gut. Ja, das war aber eben, ich hab auf jeden Fall noch ein paar, aber ja. Ja, natürlich. Ja, wunderbar. Traum. Da oben. Er hockt da einfach nur, er hockt mit Sicherheit die ganze verfickte Runde da. Ja. Aber wenn uns der Sunny wiederbelebt, so wie er es anzeigt... Oh, naja. Kleiner Troll. Aber die Inschusswaffe, die fährt mir, das ist gut. Mann. Aber der ist doch hier immer noch, Freunde. Ja, na nicht nur der. Wer trifft dich denn? Naja, die sind in dem Bunker, in dem Bunker. Am Fenster, am Fenster. Ah, scheiße. Oh, ich bin zu spät. Jetzt wurde ich auch vom anderen. Ficke, Ficke. Wo gehen wir denn jetzt hin? Er ist hier Werker. Mit, was ist das? Stummsoldat? Ne, Sanitäter. Ne, ne, bleib mal ruhig beim Versorger. Nein, mach wie du willst. Er ist hier Werker, ich freigespielt da. Naja, aber ich will ja jetzt sowieso erst mal... Die andere Waffe freispielen. Oder wie liegt das eigentlich? Ich weiß nicht, ich hab die ja nicht drin. Ich spiel mit einer anderen Waffe, mit einem Versorger, weil die gerade ja ins Jude eigentlich ist. Naja. Oh, nein. Was ist denn mit der Entfernung? Das ist nur ein Schusswaffe, das ist ein Litter, ey. Weil man die versucht, wieder zu gelähnen. Ich hasse sowas einfach nur. Warum überrennen die uns denn jetzt so? Wehrt euch doch mal, Team. Was ist denn los mit euch, voll Idioten? Wir verlieren Einsatzziel, David. Mann. Toll, die ekte Ankommer haben die den schon eingenommen. Ja, ich hasse das mit der Schrotflinte von da hinten, ey. Krass, Mann. Wir haben alle fertig. Ein von Junge. Junge, Junge, Junge. Jetzt haben wir jedenfalls mal wieder E, D, und C. Ja, natürlich. Also, er wartet da schon. Ich spawn mitten in den Leuten. Ich spawn bei C und spawn zwischen drei Leuten. Und hinter mir sind Ohnazwer. Ich verstehe, also das verstehe ich nicht. Mann, belebt mich doch wieder, Sanit. Mann. Mann. Nein, da wollte ich doch jetzt ja... Ich hasse dit. Bis hin und her springen. 25 Kills, Bahn. Ich hasse alles. Und jeden. Optik. Halbzeit. Der Feind hat die Oberhand. Mann, irgendwie, jetzt kannst du hier schon wieder nirgendswohin. Jetzt nimm die alles wieder zurück. Das ist so krass. Irgendwelche Befehle. Mann. Wir haben Einsatzziel, Emil. Mann, Mann, nein. Ich halbfeindlicher Speer. Wechsel die Position. Ach, nein, nein, nein. Ich muss den einnehmen. Boah, hier haben sie ja auch, ey. Was ist denn nur los? Wir haben Einsatzziel, David, erobert. 2-E. Ja. Sehr gut aufmunitioniert. Boah, alle werfen sich ihre Granaten da rein, ey. Ja, komm. Ja, gut. Hier unten drin ist der Gegner. Scheiße, Mann. Werden wir schon mal folgt hier? Ne. Boah, da vorne bin ich ein blinder Hurensohn. Unglaublich. Ich drehe mich genau in die andere Richtung und dann kommt der und knallt einen ab, ey. Das ist aber auch eine Scheiße. Aber trotzdem hätte der eigentlich 54 Lebenspunkte mit doppelten Schaden. Das sind schon viele, finde ich, dafür. Wir haben Einsatzziel, Albert verloren. Wir haben Munition für dich. Scheiße, wie da, ey. Gott. Da drüben, feindliche Speer. Ach, wenn man wieder irgendwo alleine unterliegt ist, da geht man da sowieso nur drauf. Mann, weg hier, Baum. Er kriecht da sich einen ab, ey. Ah, der gesnipert. Mann, ey, was ist denn mit dem... Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert. Okay, gut. Wir haben Einsatzziel, Albert. Und jetzt schau, geradezu. Kein Maschinengewehr. Sehr gut. Sehr gut. Gehen wir hier noch weiter hoch eigentlich? Ne, ja, okay. Hoch von links kommt einer. Jetzt bei B erstmal. Hier, ich hab ein bisschen Munition übrig. Munition für dich. Oh, der Geruchter sind ja da. So, er wollte auf dich wahren. Okay, war das Einsatzzug, der da kommt? Was für Munition? Wir haben das Bensch. Unsere Befehle. Ah, haben wir noch? Oh, Loffel. So, wir waren weg hier. Hörni. Oh, der Sniper ist doch schon wieder ökiner, ey. Oh, Gott, das will ihn ja... Oh, ah... Hä? Alter... Der kann mich überhaupt... Der kann mich überhaupt nicht erwischt haben. Boah, was? Gut, nicht schlecht. Die Außenlanke, ey. Das ist mir zu viel Sniper. Sani, komm nochmal, irgendein Sani wird doch mal hier wohl stehen. Das ist unglaublich. Steht nicht. Steht nicht, Jens und Jan, ich komme nur hier unten ganz lang. Steht da einer? Ne. Sah so aus. Boah, der ist von uns, ey. Wird schon mal wieder bedient. Ja, alter, was, ey? Bin tot da, da kommt einer. Wer ist tot, der Typ? Da kommt noch einer. Irgendwo ist da noch einer. Scheine Chance, ich sehe überhaupt nichts durch den roten Rauch da. Ach, da oben sind sie alle. Mal neben dem Baum. Das Baum war bei Armut, wo er da ist. Nimm das auf einfach. Doppelter Schaden, ja. Bei dem Flammenwerfer brauchst du genauso lange wie immer. Nur noch länger gefühlt, ey. Rett der denn nicht? Irgendwas wollte ich gerade sagen, keine Ahnung. Ja. Vergessen. Äh, bist du bei B? Ja, ich bin bei B. Komm jetzt, versuch mal. Wo machst du denn die Tür offen? Lass doch die Tür zu, Mann, du Spast. So ein dummer Spast schon wieder. Da oben. Hä, genau. Weil der nicht da aus dem Weg geht an dem Fenster, ey. Wo sind sie denn hier? Oh, hier kommen sie ja alle. Wom rennen die denn alle weg? Ich bin bei den Pfeifen gespawnt. Ey, räum hier ein bisschen auf, das passt schon. Willst du mich verarschen hier oder was? Messer in den Rücken? Was, Junge? Was, irgendein? Elite-Klasse gegen Elite-Klasse. Na geil. Jetzt bin ich tot. Ach du Arschloch. Verbrenn wenigstens noch, jawohl. Geht doch, geht doch. Ja, der ist wenigstens noch verbrannt, ja. Gut. Na, ich komme mal zu dir. Braucht jemand Munition? Irgendwelche Befehle? Kann man den Weg einschlagen, jetzt zum Standardweg. Ach, von hier oben, ja. Oh Gott. Sofort tot, krass. Ein, also das war doch wieder nur ein Schuss mit der Selbstladebüchse. Vor allen Dingen, ich spiele gleich. Spiele. Ja, aber ich habe das lange gebraucht, habe ich mit dem Anweser. Ach so, was ich sagen wollte, den Anweser hat halt jetzt wieder. Der D-Trupp-XP-Boost ist abgelaufen. Okay, ich mache gleich ihn an. Und wieder tot. Sehr bang. Mann, geh doch weg. Wer steht denn da im Weg? Mann. Du warst das, oh Gott, ey. Oh, Kotze. Kriegst du aber auch nichts hier hin. Ey, jetzt ist es auf jeden Fall wieder scheiß Dreck. Na, ich mache jetzt den Fuß an. So, war. Ja, explodiere doch genau von meiner Fresse, du Nutte. Mann. So, ich komme nicht, belebe dich wieder, wunder dich nicht. Kann auch mal passieren, naja, gut. Oh Gott, ist denn hier schon wieder los, ey? Oh Gott, ist wein. Hier, Munition für dich. Belebt ihn wieder hier, den Spaß. Und jetzt hat er den mit Anlass gemacht, das ist ja interessant. Und hier, freche Munition. Hier lauten die Befehle, Feldwebel. Mann, überleb dich nicht wieder, was ich durchgelebt. Hier ist Munition. Oh, hier sind alle tot hier vorne, Frank. Was? Scheiße. Freche Munition. Okay. Oh, was, Granate. Ich bin hier jetzt, ja, bin ich da. Oh, jetzt spielt jeder mit Dynamit rum. Ach, du Scheiße. Aha. Völlig übertrieben. Wie weit der das Dynamitzeug werfen kann? Der steht draußen und hat es hier in die Ecke hingeworfen? Nee. Das ist ein bisschen komisch. Sehr merkwürdig. Ich bin doch gleich wieder tot. Ich stehe jetzt bei B jetzt. Oh Gott, ich bin bei dir, hier neben dir. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Tot, tot. In dem Moment kam er die Treppen hoch. Ich hab den neu getroffen, aber dann hab ich wieder so scheiße gezielt, dass der natürlich ein leichtes Spiel hatte. Mann. Mann, hier weg da! Ist die dumme Nutte. Geht rauf. Geht hier einfach alle drauf. Start schneller nach. Ja, ja, natürlich auch. Ah, ich bruch. Ich muss mich kurz zurückziehen. Mann, ich bin schon wieder schwer verletzt hier. Scheiß Leuchtfackel hier, ey. Ich gehe vorne nach. Scheiße, B nehmen sie gerade. Ja, na, natürlich. Mit der Martini Henry. Krass. Der hat nur 51 Lebenspunkte angeblich, ist klar. Wo liegst du denn? Oben da, wenn es zu B, zu A geht. Aber da kommen wir ja nicht hin. Da sind drei oder vier Leute. Das ist da Selbstmord da. Der Flammenwerfertyp braucht hoch mehr, ja. Schuss. Offensichtlich. Gut, ich hab's auch nicht verprobiert. Ist da eh noch? Nee, da war eine Brandbombe. Also hier so eine... Ja, natürlich. Krass. Nicht verarschen, ey. Krass, von hier hinten. Den da hinten tötet. Unfassbar. Sehr gut. Hat jemand Munition bestellt? Hier, Munition! Ich glaube, sie kommen gleich hinter uns. Ich höre sie hier schon. Bluey sind doch in dem Bunker hier drin. Hier, ich hab ein bisschen Munition, ich möchte. Den Kohl, doch nicht. Das sind unsere Leute. So, A haben wir auch. Dich haben wir. Ich war auch nicht, wenn ich den Zug war. So, wenn ich das angehört. Ey, krass. Das gibt's überhaupt nicht. Der Typ, ey. Unglaublich. Oh, danke. Also bin ich ein dummer Spinner? Ja, bin ich. Ja. So, den hab ich jetzt. Oh, die fangen jetzt wieder. Und gleich tot. Ja, und die Gruppe, ja, natürlich. Merzialkugel. Aber die Haftmine hat nur weggefetzt. Ach ja, der hat uns, ich glaube, er hat uns später mit dem Schussfluecker. Der Joris. Jetzt nimm dir meine Klasse an, du dumme Fotze. Jetzt kommt er. Und er steht da oben einfach und wartet nur. Er wartet einfach nur, bis jemand vorkommt. Ah, nehmen sie gerade wieder zurück. Befehle, Feldwebel. Gut. Okay. Ich hoffe, das war nur einer. Ah. Hm, geil. Na, nun nimm den Punkt doch mal hin hier. Krass. Ja, nun, sie können nicht spätestens ihre Tod, geil. Aber, Sunny. Ja. Ja. Boah. Boah, was ist denn bitte jetzt? Alter. Ja. Hä, wir kommen von links? Welcher Bastard ist denn hier? Das ist doch Wahnsinn. Boah. Nee, Mann. Ich bin weg. Ich bin erst mal weg. Ich auch. Ich renne wieder zurück zu B rein, ey. Leckt mich alle. Schon macht's einfach keinen Sinn. Bin ich behindert blind, oder was? Gibt's doch nicht. Heil dich. Geht weg. Geht alle weg. Oh, jetzt. Ja, der rennt hier hin und geht unter zwei Sekunden. Ja, ich bin so nicht. Das ist unfassbar. Ey, krass. Nein, nein. Ach, du Scheiße. Was ist das denn jetzt hier? Das ist ja kein Ausdruck. Nee, Mann. Jawohl, zwei Meter Haftminen. Fotzen. Oh, Gott. Geht weg. Ja. Hat der... Der hat immer noch keine Granate aufgenommen, Mann. Oh, jetzt kommen sie von unten von dem Tunnel von A. Also einer. Der Joris. Ja, der Joris wieder mit seiner Sjögrin. Gut. Warte nach. Mich sieht hier gerade keiner. Komm zu dir. Ja, geil. Ich spawne bei dir, wenn direkt tot. Also, was soll ich denn? Weil, wo ist denn dieser tolle Spawnschutz hin, den sie eingeführt haben irgendwann mal? Der war von Anfang an drin. Aber der fand von Anfang an irgendwie funktioniert bei uns nie. Der hat immer nur bei anderen funktioniert. Da kannst du zehn Sekunden abschießen. Der stirbt nicht. Und spawnt wieder tot direkt. Geil. Selbe Spiel. Pff. Eine Pisse. Boah, was? Ach, du warst das. Der war voll geil. Sehr geil. Schön. Na, das hat halt seine Vorteile wahr, wenn man mit ihm schussiert. Also, wenn wir einen 200 Ticketserver haben, äh, 200 Kugelschangserver, dann nehme ich auf jeden Fall immer diese Waffe jetzt. Kann ich dir aber sagen. Ja. Glaub ich dir, ja. Schön. Wieder tot. Kommst du wieder von C da hinten, ey. Halt einen Moment durch. Ich warte noch. Ich liege da hinten an der Ecke. Halt einen Moment durch. Ich bin ja ein geduldiger Mensch. So. Sehr cool. Jetzt bin ich tot. Du Schatz. Aber weil ich genau da nachlade oder irgendwie... Wo sind die denn? Genau. Ich weiß nicht, wo die hier sind. Ach, du Scheiße. Raus. Weg, weg. Mach die Tür zu hier. Alter. Verriegel die Pisse. Aber trotzdem geht das, was? Mit dem 200 Schaden. Oh, das ist lustig eigentlich, ja. Ja, finde ich eigentlich ruhig. Mach auf. Mach die Tür auf. Ich krieg hier einen Anfall. Jetzt ist ein Verrinder, die Haftmine. Irgendwas muss ich doch da treffen. Ja. Ne, nischt. Angeblich nischt. Die trocken. Natürlich. So denn noch. Befehle, Feldwebel. Was ist denn hier los? Alter. Munition, hier. Die liegen immer noch zurück, wa? A und B halten wir ganz gut ab. Ja, der wird auch nicht schnell. Aber so nicht so schlimm. Sah ja von Anfang an schon nicht so gut aus. Was ist denn der hier? Irgendjemand knallt hier alle Leute ab. Unglaublich. Der Sniper von der anderen Seite. Scheiße. Verlebt mich wieder. Sunny, zwei Meter. Komm schon. Ja, sehr geil. Jetzt rin hier. Oh, was ist denn der Einzelne, den ich auf dem ganzen Weg nicht genommen habe? Oh, mein Gott. Dinten. Aha. Voll übertrieben schnell. Krass. Jetzt ist er wieder runtergerannt, die Treppe. Ist das eine Hure? Jetzt kam ein anderer hoch. Ja, jetzt zeigt die mich. Den hast du später sehen. Wie viele Kills habe ich denn jetzt da? Mit der Waffe. Was ist denn die R-17? Rizea eigentlich. Den finden wir noch. Dann probier mal die Rizea aus. Kürz. Oh Gott. Scheiße. Alter, das ist ja hier eine Todeszone. Ja, Mann. Aber richtig. Natürlich, da geht gar nicht mehr hier. Ja. Die explodiert genau neben mir. Geil. Oh, rin. Nein, das ist so schön. Ich bin im Minifenster drin, ey. Ja, schön. Dass man die Tür offen hat. Äh, ne, ich warte. Mach auf. Oh, das ist ja alle. Was ist das denn? Ach, scheiße. Bin wieder angehütet. Trifft da keinen mit meiner Haftbiene? Lobig doch nicht. Kann doch ja nicht sein. Mann, rein hier. Jetzt steht da noch einer, du Huber. Nein, ich wollte sowieso das Blizierwechsel. Ich bin nicht ein blindes Kind, ey. Na, immerhin. Den treffe ich noch. Wenn er zwei Meter vor mir läuft, den treffe ich noch. Das ist schon mal gut. Ja. Immerhin. Das kann auch nicht jeder. Also seht mal positiv. Stimmt, ja. Mit anvisieren, so ja. Das ist aber auch gut, wenn ich schleudere dir schon wieder, ey. Krass. Oh, oh, oh. Oh, oh. Hier, Munition für dich. Ich lebe ein paar wieder. Ich bin verboten, Johnny. Geh nicht. Ich munitioniere hier nur auf. Erst mal nicht schon. Kann man sich wieder raustrauen jetzt irgendwann mal? Ja. Ist der mit unserem Panzerzug? Der ist schon lange im Arsch, war. Oh Gott, David. Also bin ich behindert? Nee, gut, voll gut gemacht. Der Panzerzug ist schon jetzt länger kaputt da. Polizei, fertig. Pisse! Nein! Ich stehe die ganze Zeit da nur mit seiner Hellriegel. Pff, der macht nichts anderes. Der riegelt vorm Hell. Aber wenn die bei 200 Schaden schon so krass ist, geht mal von aus, ist die bei 100 Schaden auch gar nicht schlecht. Er ist hier Werk? Ja. Ah, müsste man mal testen. Müsste man mal testen, ne? Ja, müsste man mal testen. Ja, aber gut. Punktemäßig. 18, 8, 27. Naja, dann kriegst du auf jeden Fall gut Punkte hier. 17, 4, 7, 5 nur. Ja, auf mich von der Weile. Wo ist mein Boost? Wo ist der bitte? Der kommt in der Endabrechnung. Achso, naja. Jede verdammte Mal. Meine Flasche. Naja, ist doch aber unsinnig. Können Sie auch mal patchen. Ich will doch gleich die Punkte sehen, die ich in der Runde gemacht habe. Alle. Das ist doch schwarz. Ich bin Oma ist der siebte. Ja, toll. Highlights. Punkte Trupp ist die geworden. Bin nicht mal auf Munitionierer geworden, ne? Gott. Das spricht schon Bände. Ja. Zwerter, nicht schlecht. An die 128 kommst du jetzt. 128 Kills. Was ist denn mit ihm nicht richtig? Was ist denn er für ein Wichser? Ja. Evil Dead Rider. Sein Geburtsjahr wahrscheinlich. So, Freunde. Ich muss jetzt noch mal pinkeln. Ich sag schon mal Tschüssi. Koski. Auf Video sehen. Ja.